Hehehehe Heyho Leute und Willkommen zu einem neuen Let's Play So ein kleines Mini Let's Play Was einfach so ab und zu mal laufen wird Let's Play Nidhogg Special Effects, keine Ahnung was jetzt kommen sollte Mit Breaker in der ersten Runde Nigger Hoof Genau Wir starten mit ihm Mit der Map Castle Und ich bin ready Ich muss auf was grünes namens ready Oh Gott Ich weiß nicht wie es geht Alter Hahahaha Nein Alter das ist ja komisch Nein Du musst mich ja nicht immer killen Komm her Hahahaha Hahahaha Nein gib mein Schwert Hahahaha Hahahaha Du kannst nach links laufen Dann bist du sofort rechts Nein Läuf Kick Er ist doch unfair Hahahaha Ich spiel das spiel zum ersten Mal Ja ich auch Nein Nein Ja Nein Ich krieg Kopfschmerzen davon Ich hab gewonnen Nidhogg ich komme Hallo Nidhogg Das spiel ist komisch Das spiel ist komisch Ich krieg davon voll Kopfschmerzen ne Davor kriegt man AIDS Nein Kopfschmerzen Ok Leute wir spielen jetzt meins Heinz Leins Keine Ahnung Was zum Fick Ah nein ich will da nicht runter Hör da Hör da Hahahaha Ey was soll das Ah ich muss ja killen erstmal Hä Man muss zuerst killen Höh Nein 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 komm 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 spawn 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 Ah komm Hä jetzt spawn ich Hä Nein 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 Nimm das schwit und verbiss dich Ohohoho das war knapp Junge du rettst du durch Hahahaha Hä ich hab gedrückt Nein wieso mach ich das Alter ich hab's so geschafft Erstmal Bein ausreißen Hä wie kann man aufstehen Woh Wow Alter knapp Hahahaha 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 Klauts Ich glaub wir werden jetzt in jede Runde einmal kurz das alles zeigen Und dann irgendwie was uns halt gefällt Welche Map Irgendwie find ich's geil das Spiel Oh nein da kriegt man Augenkrebs Ich seh da Nein du musst zuerst Oh Gott Oh Gott Was hast du denn das scheiß Kräb Hahahaha 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 Mit dir Malte was geht hier ab Goodbye Wie kann man aufstehen? Äh einfach Jump drücken Geht nicht Bei mir geht das nicht Ich drücke Jumpers Ja nach oben wahrscheinlich Dive kick Hä Nein Alter Ich kann mir werfen Äh nach oben Hast du davon noch geübt Ungefähr so Ich hab das nicht geübt Du hast hau zu gemacht Nein 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 Oh Alter Das fällt zu Scheiß die Wand dann Nein mein Schwert ist weg Scheiß jetzt muss ich überleben Hä Boah Voll ins Gesicht gepuncht Ich hab auf dich geschloss Alter das Spiel ist scheiß Hä 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 Boah WTF da kommt es Jetzt Heals Kills Nils Keine Ahnung Mal schauen was das ist Hä Oh na toll Hallo Leck Hä Junge das ist kacke Umfetterspiel WTF Ich seh nicht mal was Ich seh nicht mal was Es ist unfärblich sau Ich geb auf Nein gibs nicht auf Du willst mich totten Nein 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 Wieso renne ich einfach rein Ich depp Komm her Schau mal mein Schengel Nein Wieso hab ich werfen gehalten Na passt Alter das Blut hier Das geht nicht weil Stein ist Du musst rollen damit du das Schwert wieder bekommst Nein du gibst Nein Nein Ich hab dich getötet bei mir Dann bin ich sicher Du rennst nur durch So ein kleiner Kackklumpen Welche Map hat dir am meisten gefallen Gar keine Spielen wir mal Castle einfach Dieser Kackklumpen finde ich irgendwie witzig Alter Ah nein Einmal spielen Ich bin ein Kackklumpen Alter Macht man das Duckjump ganze Zeit Nein 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 Er hat herausgefunden wie man spielt Nein Nein Oder doch nicht Äh Du kannst Alter ich spiel's zum allerersten Mal Und schon MLG Ah fuck Dive Kick Das Spiel ist unfair wirklich Sorry Junge Wie machst du die Sandhacken Einfach runter und dann Bei mir klappt das nicht Nein Du kannst das nicht Komm ich geb dir eine Chance Komm ich geb dir eine Chance Und noch eine Chance Oh Kackklumpen vor der Wind Rall Rall Hä Bist du rausgegangen oder was Ja einfach so Oh Musst dich wieder einladen Und suchen Da bist du Es gibt noch so Modes Modes Jetzt nimm an Mein Also das Klaut es wirklich scheiße Da kriegt man Augenkrebs Und da kriegt man übelst Augenkrebs bei Ja jetzt komm mal hin Oh nein 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 ich bleib hier oben Bucking world Rackdance Waka 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 down Ah Nein Nein Dive kick Nein 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 Nicht Arme ausreißen Das ist unfair Oh come on Hier geht das nicht so leicht Nein 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 Wie du rinst weiter Boah Hä Ich bin Ich hab auf hoch gedrückt Das geht nicht Hier kann man nicht werfen Nein Nein ich meine ich hab auf hoch gedrückt Hast du aufstehen Ja Scheiße Hä Hä Was Jetzt auf einmal ging es Ich rolle einfach durch I'm coming like a wrecking ball Schau mich mal an Mew Warte Warte Mew Nein 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 Ach komm warum kommt er auf der rechten Seite und nicht links Der kann man kann hier nicht werfen Schau mal die Würmer an die machen Seeks Die machen Seeks Du hast auch keine Chance dass man dagegen wehrt Das ist richtig kacke Live kick Ach scheiße ich bring dein Schwert Ich deb Ähm Wieso hab ich nach unten Nein Nein Komm spanne 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 Nein Das spawne ich auch noch Ich deb Ach komm Nein Du Assi Du hast aber kein Schwert Ich muss kurz am Telefon Okay gut Warte ich Warte auf dich Ich bin ein kleiner scheiß Klumpen Du bist ein kleiner scheiß Klumpen Wir alle sind kleine scheiß Klumpen Kleine kleine scheiß Klumpen Ja Oh was da Halt doch komm wir sind scheiß Klumpen Dive kick Ach komm Fatality Warum kommt er da von rechts Fatality Dammit Nein Das ist kacke wieso Ach scheiße ich bring dein Schwert rein Hallo Was sieht so weit nett aus Right in the nuts Einfach in die Eier Ja komm her 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 Wow Suizid Genau Nimm dein Schwert Nimm es Wie kann man so schnell sein Ich bin nicht so schnell Kann ich wieder zurück Ich will nicht von Nittwa gegessen werden Komm her Ich muss das mal überleben Das geht nicht leider Doch wenn das nicht schief wird Kann man dafür bekommen Echt Ja Und wie lange muss man das überleben Du musst runterfallen Echt Oh man Aber es gibt ja nur in dieser Ach okay gut Das ist aber schwer Schaffe ich mal Schaffen wir mal In Wilds Nill Aber das ist wilds Wilds Aaaaaaaah The more you know The more you know Nimm an Hab ich es auch Nein du bist not ready Ich bin ready Du bist not ready Hä Bei mir steht du Du bist not ready Hä Hä Oh Was 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 Hallo Oh Oh scheiß Die Wand Nein mein Schwert ist rausgeflogen aus der Map Das ist kacke Das ist kacke Unfair Warte, ich bin ein Kacklumpen. Kacklumpen. Nein, nein, nein. Nein, Dive Kick. Dive Kick. Dive Kick. Ich will dich umbringen. Nein, ich habe Angst vor dir. Nein, verbiss dich. Nein, ich habe kein Schwert. Das ist unfair. I'm coming like a fucking... Backstab oder was? Komm her. Na, jetzt bist du nicht mehr so mutig. Jetzt nimm das Eichhörnchen dein Schwert. Das ist ein Kacklumpen. Der Ninja. Komm, ich will es überleben. Ich will es überleben. Nein, Tuck, nein. Nein. Mann. Okay, weil dann wieder zurück. Lauf dir wieder zurück. Nee, das ist ja der ist der... Da stirbt man auch. Warte, Mann, Claude. Du schwulst dir überhaupt ab. Scheiße. Ich kriege Aids. Nein, das Schwert ist runter. Nein. Nein, nein, nein. Ich werde dir da verlieren. Hä? Achso, du bist in mein Schwert reingesprungen. Deswegen. Junge, ich sehe gar nicht mehr, ob das Schwert ankommt. Das ist so scheiße, die Meff. Mann, mir wird wirklich übel. Hä? Ihr habt dich doch erwischt. Ihr habt dich doch erwischt. Hast du gerade... Nein, ich habe mein Schwert extra für dich weggeschmissen. Nein. Komm her. Nein. Hä? Du hast mich in die... ...einfach reingebuggt. Ja. Ah, das ist dumm. Hier kann man nicht sterben. Fuck. Warte, ich wurde eingeladen zu... Na, CSGO. Kein Bock. Warte. Man kann hier keine Vokale machen. Wie dumm ist das? Was denn? Man kann hier keine Üs machen. Oh. Ein Fragezeichen kommt da. Bei mir nicht. Ja, wenn du scharfes S machst. Also Leute, ich hoffe euch hat der Part gefallen mit Breaker. Ähm, ich werde noch andere suchen, wenn es geht. Ansonsten viel Spaß und haut rein. Das war's mit Nethalk. Tschüss. Und rein. Und rein.